Willkommen zu einer Ankündigung für einen Livestream Ich bin ein halb zwölf an Aber ich will nur schon mal ein gewisses Zeitraum Weil es kann sein, dass da noch was zwischen kommt Und da gebe ich da etwas größeren Zeitraum Unser Ziel ist es bei Winding of Isaac die Truhe zu schaffen, diese Chests zu erreichen und zu vollführen und fähig zu kriegen Ich denke, das ist das Ziel, dass man sich setzen kann Ob ihr das schaffen oder nicht Das liegt an eurer Motivation Das liegt daran, wie ich motiviert bin Dass sie da wie viel Bock hier drauf haben Keine Anfragen stellen auf andere Spiele Das entscheide ich ganz spontan Wenn da irgendwas kommt, dann wird das ganz eiskalt ignoriert Also Fighting of Isaacs fliegen Sehr lange, heute wahrscheinlich Nachher Mit dem dumm heulenden Kind Ich kann jetzt ausmachen Wirklich Hier kommt nichts mehr Okay, wollt was sehen? Da! Dann schaut euch doch mal das hier an! Da! Guckt mal hin! Wusstet ihr, dass Judas Tage-Item in Super-Mega-Raum ist? Das voll abspackelt und gewöhnt Das war's für heute Ich bin der Drei 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 Drei